Faccio del Madema Pasta Wir sind jetzt am gleichen Teig. Weil darum gibt es die Kriti-Benz-Aktion am 3. Dezember der Pro-Infirmis. Der Sinn dieser Sache ist, dass man lernt, dass jeder Mensch einen anderen Charakter hat. Die einen sind so, die einen sind normal, die einen sind beiderachtig, die einen sind nicht im Rollstuhl, die einen sind im Rollstuhl. Die anderen spielen Fussball, die anderen haben zum Beispiel gerne Tiere. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter. Kuhn, Nissenza, Impediment. Nuss essen tuts oder madema Pasta. Aktion Pops, madema Pasta in wasserregion. www.präumfirmis.ch 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 Untertitelung des ZDF, 2020